Hallihalüchen Leute, ich begrüße euch heute zu einem neuen Video und zwar zu meinen Top 3 Systemen von 2023, oder Top 3 Büchern, könnte man auch fast sagen, das deckt an der Stelle, von 2023, was meine Highlights dort waren. Ich würde die Top 3 jetzt interneinander nicht ranken, aber es sind die 3 Sachen, die mich am meisten geflasht und abgeholt haben, wo ich gesagt habe, boah geil. Und euch die Leute vorstellen möchten, über das, was es ist und warum ich das so feiere, vielleicht gibt es euch noch ein bisschen coolen Input für Zeug, das ihr euch mal angucken könnt. Und ansonsten lasst mir immer gerne eure Meinung zu dem, was ich hier vorstelle und als auch gerne eure Meinung, von was hat euch 2023 eigentlich so an Rollenspielen, Material, Büchern etc. eigentlich so richtig abgeholt. Und das erste, was ich hier liegen habe, was mich dieses Jahr sehr, sehr glücklich gemacht hat, ist Black Sword Hack in der Ultimate Chaos Edition, damit es möglichst Metal klingt. Das ist von den Merry Mushmen, von denen ich viele Sachen habe, die ich sehr feiere. Das fing halt an damals mit den Nock-Büchern, wo ich die Bücher richtig gut finde und mich das auch bei Kickstarter so richtig geflasht hat. Dieses, der Kickstarter ist fertig, einen Monat später hast du das Buch da. Und das hat sich auch bei den weiteren Sachen von denen durchgezogen, von der Staff wird super schnell delivered. Das ist halt richtig nice. Und hier haben sie jetzt ein ganzes System mit Setting etc. rausgebracht, aber trotzdem insgesamt sehr, sehr dünn gehalten. Wenn man sich das hier anguckt, das ist halt nicht viel. Hat den typischen Artwork-Stil der Merry Mushmen, dieses, ich weiß nicht wie man den nennt, da habe ich keine Ahnung von, aber ich finde den für sehr cool. Also sowohl von, wie ich ihn generell finde, als auch der passt halt irgendwie immer zu deren Sachen, damit einen das insgesamt abholt. Es ist nicht so Artwork-heavy wie dann irgendwie zum Beispiel Runes of the Rugged Hollow, wo man halt dann sehr viele Sachen drin hat. Oder auch die Nock-Sachen haben halt super viel Artwork drin. Das ist hier deutlich runtergedreht mit hier und da mal was drin, was dann ich dann aber stiltechnisch sehr cool finde. Und insgesamt ist das hier eigentlich ein ganzes OSA-System mit allem, was man drumherum braucht. Und das geht los damit, dass sie ein Regelsystem haben, was sie auch ausführlich erklären, wo ich am besten mal hinten die Charakterbögen zeige. Praktischerweise haben sie die in verschiedenen Größen drauf, von je nachdem, wie man mit dem Charakterbogen arbeiten will. Von halt dem normal großen bis hin zu den kleineren zusammengefassten, wenn man mehr Platz braucht. Und haben halt das schwarze Schwert als Thema drin. Man hat halt diese klassischen OSA-Sachen wie, du hast die klassischen... Oh, Handy. Man hat halt diese klassischen Dinge drin, wie die sechs Attribute. Haben aber auch überall so eigene Abwandlungen mit drin. Ich stelle das hier mal eben kurz, bevor mich das jetzt die ganze Zeit zupingt hier und damit auch euch. Also, so ein bisschen Abwandlungen mit drin. Also klar, man hat die Attribute, man hat einen Schadenswürfel. Das ist zum Beispiel nicht so wie bei anderen Systemen, dass der Schaden nur von der Waffe ausgeht, sondern der hängt halt vom Charakter ab. Und die Waffe ist halt quasi nicht mehr primärer Ausgangspunkt. Sie haben Ressourcenwürfel mit drin, was unter anderem in Form von einem Doomdie passiert, den jeder Charakter hat. Womit man halt nochmal eine Chance hat, Sachen zu machen, Sachen zu verbessern, aber den auch verlieren kann. Sie empfehlen Doomdies auch für weitere Sachen, wie zum Beispiel, wenn man Gefallen hat, aber auch in einem begrenzteren Maßstab. Weil sie zum Beispiel sagen, man sollte das nicht als reinen Ressourcenwürfel nehmen. Auch wenn ich persönlich das wahrscheinlich tun werde, weil ich per Ressourcenwürfel eine ziemlich coole Sache finde. Ist halt so ein bisschen Geschmackssache. Was sie dann haben, ist, dass sie für Charaktererschaffung und solche Sachen arbeiten mit sogenannten Origins und Backgrounds. Origins ist so ein bisschen das, wo kommst du eigentlich her? Und Backgrounds sind so ein bisschen dieses, was hast du an Klassenboni? Was kommt da zusammen? Und da haben sie dann, das wirkt sich zum Beispiel auf Zauberei und sowas mit auf, was man da kann, aber halt auch so, was so die reinen Extratalente sind. Ich gucke mal, ob ich etwas Passendes finde. Ähm, ja, das ist Twisted Signs. Das hilft uns in der richtigen Stelle nicht unbedingt so weiter. Äh, da, wozu versteckt es sich? Tatsächlich merkt man da, dass ich das benutzt habe, ist ein bisschen her. Das habe ich viel am Anfang des Jahres gemacht. Äh, da haben wir, da habe ich das unter anderem für, hier, äh, der Heilige von Bruchstadt habe ich das benutzt. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Character Creation, da haben wir sie. Genau hier haben wir die Origins. Die haben sie übrigens sehr, sehr cool gemacht im Sinne, das ist halt im Sinne von, äh, bist du jemand, der aus der barbarischen Hintergründe, aus dem zivilisierten oder aus dem Dekadenten Hintergrund, wie sich das auswirkt? Genau, da haben sie dann die Backgrounds. Das ist halt auch nicht riesig, das sind halt immer einzelne kleine Blöcke und dann gibt's halt sowas wie, bei Dekadent gibt's den Assassine. Äh, your first attack again and unwear target is automatic hit that deals damage equal to your Dexterity score plus one Dexterity. Das ist halt ein ganz kleines Ding, aber daraus kann man sich halt individuelle Charakter zusammenbauen, weil man halt, ich glaube, drei Stück davon bekommt man, zwei oder drei, und es gibt ein paar, die sind unique, ein paar, die kann, äh, die meisten kann man aber auch mehrfach nehmen. Und je nachdem, wo man herkommt, oder welche Hintergründe man hat, kann man da halt quasi so ein bisschen kombinieren und sich daraus einen coolen Charakter zusammenbauen, der halt, das gibt halt im Charakter Details und Volumen, ohne dass du dich jetzt hinstellt und sagst, guck mal, wir schmeißen das mit Regelturz. Du hast dann so ein paar kleine Sachen und kannst damit dann halt kreativ sein. Ähm, das finde ich halt eine sehr, sehr coole Sache. Sie haben dann natürlich auch, was man hier drin hat, klar, so Magie, Dämonenpakte, äh, Spirit, äh, Spirit, äh, Spirit Alliance heißt es auf Englisch auf, äh, deutsche, ähm, Geisterpakte. Äh, äh, das ist halt immer gefühlt so eine Doppelseite an Regeln damit, naja, jetzt habe ich mich hier gerade mitgeblättert. Hier haben wir Demonic Pacts, eine Doppelseite. Spirit Pacts funktioniert noch, ist noch weniger gefühlt, weil auch so ein Schädel mittendrin ist, aber das ist dann halt auch eine Doppelseite. Und ich habe halt gerade wirklich einfach nur von Demon Pacts zu Spirit Pacts umgeblättert, so, das, das ist halt alles. Twisted Science, weil man irgendwie Technik-Shit mit reinmachen kann, ist eine Seite. Äh, Runic Weapons, also extra magisch verzauberte Waffen, die dann natürlich auch schon Nebeneffekte haben können. Und dann kommt man schon zum Bestiary. Bis dahin waren wir jetzt quasi, das waren so regelteiltechnische Dinge. Also es ist halt wirklich gut überschaubar, aber es gibt halt genug Inhalt, in dem man was machen kann. Und Gegner sind, wenn man das jetzt auch alles so, so kleine Stepworks. Also finde ich persönlich super angenehm, damit zu arbeiten. Und dann haben sie einen guten Teil, das ist nämlich ungefähr die Hälfte dieses Buches hinterher, die sich mit Sachen beschäftigt, wie Worldbuilding, Charakter, äh, wie heißt das, Storytelling, wie man das macht. Und was sie damit umgehen, zum Teil geben sie einem Tabellen mit an die Hand. Zwar meist eher so kleinere Sachen. Also wenn man hier sieht, das sind jetzt keine riesigen Tabellen, aber halt immer so ein bisschen. Aber die Ideen, die sie dahinter verbringen, finde ich richtig gut. Weil deren Worldbuilding basiert auf, nicht auf dem, was, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, sondern alles basiert auf dem Unterschied zwischen, äh, Law und Chaos. Also, im Deutsch, man sagt Ordnung und Chaos. Was halt heißt, oder was halt impliziert, dass weder Chaos noch Ordnung automatisch gut ist. Oder Böse. Weil häufig ist so dieses Jahr, die guten Geordneten, die bösen Chaoten. Hier ist es halt explizit anders angedacht, weil du, du kannst halt auch ein gutes, chaotisches, äh, sein. So diese typische Hippie-Kommune. Ist halt unheimlich chaotisch, aber vom Kern her erstmal sehr gut. Gleichzeitig kann ein geordnetes Thema auch super böse sein. Pragmatisches Beispiel Faschismus. Die sind halt unheimlich geordnet und unheimlich strukturiert. Und unheimlich böse, von der Idee her. Dementsprechend setzt es halt auf den Kampf zwischen, äh, Law und Chaos. Und damit nimmt es so ein bisschen dieses Ding raus von, ihr spielt die Guten, die anderen sind die Bösen. Sondern macht es halt mehr auf ein, wie geht ihr moralisch damit um. Was ich persönlich super schön finde, weil es halt ganz, ganz viel Charakterspielgrund gibt. Und da geben sie halt ganz viel Material für mit. Sowohl zum Worldbuilding, als auch zum Stadtbau, der da drin dann auftaucht. Sie haben ein paar Beispielabenteuer mit dabei. Und sie haben am Ende einen Haufen Appendix-Sachen. Da sind dann so Sachen bereit, wie, wie kannst du dieses Ding alleine spielen. Was für, quasi, Storytelling-Tipps gibt es von großen, bekannten Autoren. Hier und da haben sie so Sachen, wie, jemand hat eine kleine Welt gebastelt mit einer Übersicht dazu, die man dann halt nutzen kann, wenn man das möchte. Also es ist halt dann ganz viel Material, was sie immer in die Hand geben. Ähm, auch sowas wie Tabellen, um komische Pflanzen auszuwürfeln. Oder Beispielnamen aus verschiedenen, äh, ja, verschiedenen Origins. Haben sie dann sowas wie Namen aus, äh, Monks, Samoa, Norwegian, Oromo, Basque, Mongol und Made-up-Fantasy-Nations. Womit man hat einfach so eine Möglichkeit als Spieler zu sagen, okay, dann nehme ich den Namen raus. Das Ding insgesamt finde ich großartig. Das ist ein nicht allzu teures Buch gewesen. Ich denke, man kann es auf The Merry Mushroom immer noch käuflich erstehen. Würde ich jetzt einfach überhaupt nicht. Ich habe jetzt nicht explizit nachgeguckt. Aber das Ding ist halt überschaubar dick. Und damit, eigentlich ist das inhaltlich alles, also vom Regelteil her alles, was ich brauche, um eine geile Fantasy-Kampagne zu spielen. Klar, man braucht immer noch mehr, was man dann reinmacht. Dafür haben sie halt hier ein bisschen was an Tabellen mit drin. Man kann dann aber auch ergänzende Bücher nehmen. Sowas wie zum Beispiel World Without Numbers oder so, um solche Sachen zusammenzuwürfeln. Aber hier hat man halt den regeltechnischen Teil, der hat richtig nice funktioniert. Ich habe das, wie gesagt, genutzt für den Heiligen von Bruchstedt. Das hat super viel Spaß gemacht. Und ich werde, wenn ich in nächster Zeit irgendwelche OSA-Sachen spiele, werde ich halt gefühlt immer zu diesem Regelsystem greifen. Weil es einerseits einfach ist, andererseits aber halt genug Details mitgibt, um gespannt zu sein. Oder einfach diesen Funken von, wir sind nicht nur gut böse, sondern wir machen das in Law & Castle. Also das sind halt super viele kreative Ideen drin, mit denen ich total gerne arbeite. Hier besprechen das einer meiner Top 3 Dinge. Das nächste ist Into the World and Wild. Das sieht schon so richtig schön böse aus und genau dafür mag ich es. Das ist ein Buch mit der Idee von, wir machen die Düsternis des Waldes wieder gefährlich. Also dieses klassische, die Gruppe zieht in den Wald, hi, hi, hi. Der Wald ist ja das Anfangssetting, das ist halt alles ganz nett und harmlos. Hier ist der Wald richtig böse. Also die ersten Sachen, die man sieht, das ist halt richtig böse. Sie haben auch Sticker zum Beispiel dabei mitgeschickt, die sehen halt alle richtig, richtig barbarisch aus. Es gibt dazu auch einen regelsystemtechnischen Teil mit drin, der sich dann mehr so mit Sachen beschäftigt, von was ist zum Beispiel Erschöpfung, wie wirken sich Mondphasen aus und sowas. Das ist kein reines Regelsystem, sondern sie haben halt auch explizit drinstehen, wir sind systemneutral. Sodass man das zum Beispiel mit dem hier zusammen cool kombinieren kann. Aber sie haben halt dann quasi ergänzende Regeln, die man halt nutzen kann, wenn man das Ganze irgendwie verwenden will. Da haben sie halt sowas wie, ja, Erschöpfung, Regel für Gold, wie man Gold in Supply umwandelt, was man für sowas halt braucht. Die Nacht überleben, Jagd, was ich sehr cool finde, weil du halt Tabellen hast, mit denen du quasi bestimmen kannst, so was du, wenn du ein Tier gejagt hast, was du da eigentlich an Material rausholst. Und dann haben sie hinterher ein Beastjerry auch immer dran stehen, von wegen, welche besonderen Materialien kann man darin finden. Hier, passende Bezeichnung, Cleaning a Body heißt das Ganze. Hat auch nur das passende Artwork, ist halt richtig wild und richtig düster und böse. Kann aber halt bestimmen, was man findet. Mondphasen, die sich auswirken. Ruf der Wildnis, verloren gehen in der Wildnis, großartig Wahnsinn so. Das ist so der erste Teil Regeln. Dann haben sie den großen Teil Beasts of the Breach and Bone, was halt düstere Monster im Wald mit sich bringt. Und die sind halt alle richtig düster. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt gesagt haben, so hey, wir erfinden einen Haufen neuer Monster, sondern eher ein, sie haben sich halt hingestellt und haben die Monster, die man so ein bisschen kennt, auch schon wieder versucht reinzubringen. Also klar, man hat, was wie Blybemort beispielsweise, sehr cool. Kleine Motten, die anfangen, Dinge zu zerfressen. Ist jetzt nichts Weltfremdes, Punkt, aber rein. Irgendwo haben sie hier auch, ja, Bramblebeast, riesige Dornenbestien. Waldelfen sind mein persönliches Highlight gewesen, weil das sind nicht so, man kennt es aus was wie Warhammer Fantasy. Waldelfen sind zwar die Beschützer des Waldes, aber die sind halt schon sehr an edel und nobel angehaucht und sind halt schon sehr menschlich. Hier sind Waldelfen nicht menschlich. Hier sind Waldelfen und die Wildnis draußen. Und sie haben hier sowas wie Cherubs, Krähen mit Kindergesichtern und eine meiner auch sehr coolen Sachen, Children of the Woods, was so ein bisschen Waldtiere sind, die halt auch für die Wildnis arbeiten. Ich schaue mal, ob ich mir ein bisschen Blättern antworte, wo ich die Elfen finde. Sie sind nämlich gar nicht mal so leicht zu finden. Feral Knights, ich habe jedes Mal wieder Spaß, wenn ich dieses Buch durchblättere, einfach nur, weil ich bei den Monstern bin oder es so böse ist. Finde ich sie, ich finde sie gerade nicht schade. Oder finde ich sie doch noch, weil sie nicht weiter sind. Ansonsten kommen wir nochmal zu den Elfen, wenn es um Fraktionen geht, das ist nämlich auch etwas, was hier drin ist. Sie haben sich quasi hingestellt, haben halt die Fraktionen des Waldes dargestellt. So, wer sind die Leute, die Sachen, die da eigentlich existieren, weil einer der Fraktionen sind natürlich Waldelfen und wie die mit der, wie quasi der Forest Court funktioniert. Aber sie haben halt auch noch andere Sachen, sowas wie das urtümliche Rad, irgendwelche Funken alter Götter, die noch weiter existieren. Da, da haben sie Wild Elfs, genau, das habe ich gesucht. Das ist deren Beispiel für einen Waldelf. Und sie, es wird, es wird, es ist halt auch nicht in dem Sinne, Waldelf im Sinne von Forest Elf, sondern eher Wild Elf hingedäht zu Wild Elf, also wilden Elfen. Und das ist halt schon sehr, sehr cool und wird halt auch sehr ausführlich dargestellt, was die halt, was die ausmacht, deren Lebensstil und sowas. Sie haben für die meisten Monster immer noch coole extra Tabellen, also extra Sachen dabei mit, was ist für dieses Ding relevant, sowohl, was ich gerade schon erwähnt hatte, so, was sind einzigartige Funde, die man bei denen machen kann, auch praktischerweise in so einer Box, dass man das halt leicht findet, aber auch immer so ein bisschen teilweise, was sind so regeltechnisch spezielle Sachen, die bei denen dazukommen. Und da hat man halt einen, wie gesagt, die Waldelf und sowas, aber auch weitere Fraktionen des Waldes, was halt eine sehr, sehr coole Sache gibt, also von der Machart her sehr, sehr schön ist. Äh, haben wir sowas wie The Rune, was halt ein wildes Monster im Endeffekt ist, das durch die Gegend zieht und einfach alles erjagt, was halt so ein Gott der Rache ist und wie der halt teilweise auftauchen kann, aber halt auch theoretisch gesehen ist der erlegbar, wenn man gut ist. Äh, Children of the Eye Cremorian, was halt im Endeffekt übrig gebliebene Geisterwesen sind, die sich so ein bisschen durch die Nutz verteilt haben, äh, mit denen es super schwer ist, mit, äh, tatsächlich zu interagieren. Caught of the Broken Branches, was halt mehr so ein bisschen so ein Adligenhof im Wildnis und sowas, also da gibt's halt. Viele coole Setting-Dinge, die halt einfach richtig nice sind. Und dann aufbauen, darauf haben sie halt noch so weitere Sachen, die für die Wildnis relevant sind, sowas wie, äh, Artefacts of the Wild. Wo sie es sehr cool gemacht haben, weil man dann immer am Rand stehen hat, quasi, was ist so das, das, wo es auf der Seite losgeht. Was das Orientieren als Spielleiter sehr viel einfacher macht, weil man schlägt auf und sieht oben den entscheidenden Begriff. Und dann das Ganze alphabetisch sortiert ist, wenn ich jetzt weiß, ich suche, hab mir einen Artefakt aufgeschrieben, was mit B, bei The Lone Penny weiß ich, okay, ich muss ein paar Seiten weiter davor. Also da auch einfach Layout-technisch echt gut gemacht. Dann haben sie hier The Weird, so wie das, wo es dann halt wirklich wild und bizarr wird, weil man damit zu tun hat. Wo es in Richtung Magie geht und was für Zauber dazukommen. Auch die wieder mit sinnvoll aufgebautem Layout, um sie zu finden. Äh, dann das Dungeon-Thema, wobei sie halt extra, also, finde ich deswegen erwähnenswert, weil sie die Wildnis als Dungeon darstellen. Nicht als, die Wildnis ist das, wo man auf dem Weg zum Dungeon hinkommt, sondern die Wildnis ist ein Dungeon. Da erlebst du Dinge. Und dann haben sie halt auch so regeltechnische Sachen wie, wie kannst du sowas bilden, also, wie kannst du was bauen, quasi verschiedenste Ansätze, wie man da Sachen zusammenbekommt, Wegmarkierungen etc. Also wirklich auch ein Teil für hartes Worldbuilding, das man damit machen kann, für sein Wildnis-Dungeon. Und dann nochmal so Sachen wie Material, das halt im Wild wichtig ist. Wild Flora, also Pflanzen, die dort auftauchen. Diseases, richtig, richtig guten Haufen bizarrer Krankheiten. Hazard und Traps, was ich persönlich ein super interessantes Ding finde, weil so im Dungeon sich Fallen zu überlegen ist nicht so schwer. Aber in der Wildnis eine gut aufgebaute Falle, da haben sie halt schöne Beispiele drin, wo man sich dann halt durchlesen kann und gucken kann, ah, das gefällt mir. Und ein Haufen Random-Tabellen für sowas wie I Search the Body und so Kram, weil wir brauchen Random-Tabellen. So kann man immer was mitmachen. Und hat da halt viele Möglichkeiten. Am Ende hat man 100 Weird Locations, was halt mal so kleinblöckige Sachen sind, die man finden kann. Was man halt nutzen kann, um die entweder auf die Schnelle zu überfüllen oder vielleicht auf einem Worldbuilding-Show mitzuarbeiten. Also da hat man halt Material und Möglichkeiten. Am Ende hat man auch hier, wie weiß ich, ein kleiner Appendix, der so ein bisschen die Übersichtssachen gibt über sowas wie zum Beispiel Übersichten für Exhausten, Food und sowas, wie man das markieren kann. Also den ganzen sinnvollen Teil. Und quasi Worldbuilding-Bogen, also quasi so, du hast so einen Hacks, wie machst du dir Sachen da rein, wie lässt du es aussehen, was du hast, so ein Descriptions daneben, so coole Sachen. Und wie es immer ist, ein paar Empfehlungen, was man halt lesen kann. Das ist insgesamt Into the World and Wild. Das ist von Feral Indie Studios und Wet Ink Games. Wobei Feral Indie Studios, glaube ich, der Verleger ist und Wet Ink Games, die mache. Aber da bin ich auch nicht so zu 100% drin, so genau habe ich mich damit nicht beschäftigt. Und ich habe das Ding gebackt, weil ich dachte, das sieht halt richtig nice aus. Also das Artwork im Kickstarter sah halt schon aus wie das Artwork jetzt. Und das hat mich schon abgeholt. Und die Beschreibung halt auch. Und ich muss sagen, ich finde das geil, weil ich mag diese ganze Idee von, wir machen richtig dreckige, düstere Wildnis und klatschen da halt alles rein. Das ist so, genau das holt mich richtig ab. Das ist dann die Art von Fantasy, die ich wieder mag. Wo es halt nicht Heititai, alles ist schön, sondern ein jeder Schritt aus dem Dorf heraus ist dreckig und düster. Und da haben sie das halt in so einem richtig erwachsenen Setting drin. Dementsprechend, geiles Teil, holt mich genau ab. Und es so quasi, um an das Vorhinein zu schließen, wenn ich sage, ich bastel mir ein Regelsystem, nehme ich das hier, nutze die Idee von Law & Chaos für das generelle Worldbuilding, für die Grundidee. Und dann würde ich das hier benutzen, um halt Sachen zu füllen mit, da seid ihr unterwegs und das passiert euch wildes. Großartige Sachen. Das dritte Buch, was wir noch haben, geht in eine ganz... Was heißt das in ganz... Hier geht in eine deutliche Richtung, nämlich Werwolf, die Apokalypse, fünfte Edition. Nichts mit OSA zu tun. Hat mich aber richtig gut abgeholt. Bin ich richtiger Fan von... Ich glaube, ich habe das Vorstellungsvideo dazu sogar schon hochgeladen. Ja, schon, das müsste allein sein. Aber das war richtig geil. Ich bin ja ein großer Werwolf-Fan, wenn ich euch erinnere, wir hatten damals die Werwolf-Kampagne hier auf dem Kanal, die halt auch lange lief und sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, wo ich Werwolf sehr genossen habe. Mein Problem war, regeltechnisch war Werwolf immer schwierig. Weil es sehr, sehr regelzugeballert ist dafür, dass man ein cooles Actionspiel eigentlich machen will. Oder ein cooles Charakterspiel. Eins von beiden Richtungen geht fast alles, was man unternimmt. Und dann hat man halt Regeln, die sobald der Kampf beginnt, sich denkt... Oh. Das hier signifikant besser geworden. Ich habe über die Feiertage, habe ich eine zwei Tage quasi Dauerkampagne damit gemeistert. Da hatten wir richtig viel Spaß. Äh, ein paar Sachen finde ich immer noch nicht optimal. Wie zum Beispiel, dass die Gaben halt immer noch eine schreckliche lange Liste sind, mit der man nur sehr, sehr schwer arbeiten kann. Die halt nicht wirklich intuitiv ist. Aber dafür sind halt andere Sachen, finde ich, sehr gut. Zum Beispiel, dass sie das ganze Setting so überarbeitet haben, dass sie kulturelle Relevanz rausgestrichen haben. Was zum einen den schönen Wort hat, sie haben Sachen, die heutzutage politisch schwierig sind. Wie, wie erklärt man, eine ganze Volksgruppe der Kanadier zu Missgeburten haben sie halt einfach rausgestrichen. Was ich halt sinnvoll finde. Also, da kann man einfach inclusive und fair den Leuten gegenüber sein. Muss halt nicht sowas drin haben, wo man sich denkt, so, uff, schwierig. Aber der viel geilere Teil daran, finde ich, ist, dass es, dadurch, dass es hintergrundlos gelöst ist, kannst du theoretisch gesehen Werwolf überall spielen. In der alten BOD warst du dieses, okay, gewisse Teile der Welt haben keine Werwaffen. Südamerika, passt nichts. Afrika, äh, äh. In Asien gibt es einen, äh, gibt es einen Extrakord für, äh, für Wesen der Art. Also, für alle Shapeshifter, wo ein paar Sachen... Das heißt, das war halt auch sehr, sehr restricted, wo du halt nicht das an Werwolf spielen kannst, was das Standardbuch hergibt. Sondern, das kannst du in Europa und in Nordamerika. Und theoretisch gesehen auch in Australien. Ja, okay, aber... Dann hört es eigentlich auch schon wieder auf. Und wenn du halt irgendwie nach Nordafrika gehen willst, so, dann hast du da mal ganz andere Sachen, die relevant sind. Und auch... Klar, man könnte halt damals sagen, du kannst es ja dann einfach trotzdem finden. Ja, aber warum... Also, die Hintergründe der Stämme kamen halt von, okay, die einen sind offensichtlich ihr und die anderen sind offensichtlich Nordamerikaner und der dritten ist offensichtlich ein skandinavischer Wikinger-Werwolf. Warum sind die jetzt gerade in Nordafrika unterwegs? Und wenn du in Nordafrika Werwölfe spielen willst, so, hey, warum kann ich dann nicht... Welche nehmen die aus dem Hintergrund da kommen? Und da haben sie halt einfach einen guten Schritt gemacht, indem sie gesagt haben, wir schneiden das... Den generellen Hintergrund-Festverknüpfung raus. Sodass du halt das... Dass die Stämme sich halt durch thematische Dinge auszeichnen. Du kannst halt gucken, wie spiegelt sich das in meinem Kulturkreis, mit dem ich spiele, wieder? Wo ordne ich da was zu? Was ich eine richtig schöne Sache finde. Und ich mag sehr, sehr gerne, dass das ganze Regelsystem vereinfacht geworden ist. Dass die Würfe schneller gehen und dass man mit dem Rage auch einfach eine interessantere Mechanik hat als früher, wo Rage ein fester Pool war und du jeden Morgen wieder damit aufwachst. Sondern sie hier halt damit arbeiten, von wie kriegst du die Beleidigung rein, was bildet sich an Rage und was machst du damit? In der Kampagne zum Beispiel hatten meine Spieler das Problem, dass der Arun einen Vorteil hatte, mit dem er doppelt so viel Rage generiert, morgens. Und dann hatten sie halt das Problem von, okay, dem Ball hat es halt die Willenskraft weg, wenn er nicht alle drei Tage irgendwie dazukommt, was zu verprügeln. Also brauchen sie alle drei Tage was zu verprügeln, was moralisch verkaufbar ist. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß, dass das ein harter Reboot ist. Oder ein Reboot ist natürlich die Passuzeichnung vom Lore her. Und ich weiß halt auch, dass das deswegen nicht jeder erfahrene Werwolf-Spieler mag. Was halt auch vollkommen okay ist und man kann ja auch die alten Sachen auch weiter spielen. Aber ich finde den Weg, den sie gewählt haben, der einzige Weg, der für eine neue Edition funktionieren kann. Dementsprechend freue ich mich da sehr drüber und hoffe einfach, dass dieses Jahr mehr Material noch dafür gemacht wird, dass man da irgendwie mehr Quellenbände hat, mehr Zeug und Dinge. Da bin ich super gespannt drauf. Ja, das waren meine Highlights von 2023. Lasst mir gerne eure Meinung unten da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut.